Klapprige Schindmähre Es ist ein Junge! Skinny Penis Alter wie hübsch ich bin Aber mein Pferd ist ja nochmal so'n Tacken hübscher ne? Willkommen zu Red Dead Redemption 2 Online! Ich hab ganz frisch angefangen und war eben noch im Knast Dann hab ich mir diesen wunderbaren Herren gemacht, der aussieht wie ich Und jetzt reite ich auf meinem ranzigen Pferd irgendwo hin Ist doch jemand? Hallo? Ich geh langsam vor Aber ich mach euch mal die Map frei, okay? Dass wir uns verstehe Guck, da vorne sind jetzt einige Es mag erstmal schwierig aussehen, aber Also pass auf, ich seh eins, zwei, drei Vier, fünf Light Uh! Bazz! Wo ist doch noch einer, hä? Oh, hinter mir, hinter mir! Okay, ich muss zur Pistole wechseln Oh nein! Hahaha! Oh! Hab ihr das kehrt? Warte mal, ich muss den kurz blündern, bevor wir hier weiter... Ah! Shit! Warte kurz, nicht schien! So! Haben wir jetzt genug hier! Ah! Ich bin Revolverheld schon seit einigen Jahren Ich bin Revolverheld schon seit einigen Jahren Und gerade heute dachte ich mir, ich hole mal diese, diese Pennerbande hier Ach gut Was ist denn das? Ich würde ihn schon gerne totschießen, aber er hat mir nichts gemacht Nimm die Karte oder töte den Banditen Okay, aber kann ich ihn jetzt nicht einfach immer noch abknallen? Hallo! Ehre erhöht und Gnade! Wo ist das Suchgebiet? Ach, hier ist das Schatz-Suchgebiet Wo bin ich? Guck mal, ich bin voll nah dran! Ich bin ja faktisch der Schatz! Alter, macht aber auch echt einer auf melodramatisch, oder? Alter, hab ich hier mir die Backe geschossen? Gut, ich sag mal so an sich Aiming-Technik Kann ich mich nicht beklagen Kann ich mich nicht beklagen Achtung, Achtung! Morgen früh ist die Nacht rum Leute, heute Abend ist Livestream Um 18 Uhr geht's los Kommt ran! Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr Ich hab Ehre bekommen Hab Ehre genommen Es war ein guter Tag 9 Cent Ja! Der war reich Hier, gönnt ihr mal ein bisschen Muskat-Kraut Das Pferd ist lang Also wir sind im Gebiet des Schatzes So, was ist da drin? Ja! Pferdchen, du wirst nicht glauben, was wir eben freigeschaltet haben Während deiner aktiv ist Es wird mehr schaden, wenn die mit der gleiche Karte ausgerüstet haben Okay Mein Pferdchen Das ist das krasseste Ross Warte mal, warte mal, warte mal Da war ein Fisch eben Ne, ein Otter Buh! Besteh geblieben! Guck mal! Das ist doch ein Otter, oder? Alter, ist das eine Ratte? Ist das eine Ratte? Oh mein Gott, ist das süß! Guck mal! Triff dich mit Club-Dabs Hallo! Hallo! Hallo Sir, keine Sorge, Ihnen mach ich nichts Ich bin auf Pferde aus Alter, Alter Pferdchen, wo gehst du hin? Well, well, well You know what? Hold on, boy Let's give our friend here back the horse Alter, ich hab richtig Para bekommen Pferd umbenennen Ne Obwohl Nice Guck dir mal das Skulljob Ah, da ist mein Lager Welcome home Oh, ist das nicht schön Frauen Super Männer Oh, oh Vergoldete Pistols Oh Durchkreuzet die Mission eines gegnerischen Spielers? Ich bin doch kein Drecksack Level 4 Zerzing, zerzing Bling, bling Easy Erfolg freigeschaltet Klar, ich als Profi hab sowas natürlich schon eingefahren Aber für jemand, der vielleicht neu ist, ist das natürlich eine Schwierigkeit Alter, ist das nicht da? Hammer grad mal, komm mal Lecker Du kannst sogar dein Zelt aufbedesseln Ah, jetzt fällt mir aber gleich der Hut weg Boah! Das ist ein bisschen mehr wie ein Wigwam Flaggen gibt's auch Ja, ich bin natürlich Flagge grün Hallo, Flagge rot? Habe ich nen Arsch offen? Crips-Outfit Achso, für den Klamotten Das ist mir völlig egal wie der rumlauft, der Kerl Ich finde ich bin viel zu fett angezogen Alter, oh Sexy Das ist ein Prachtkerl, ne? Komm Pipi, wir reihe die jetzt weg Aber ich geh auch auf Fockeljagd Kann ich ihn mal treffen? Guten Abend Ich hab hier so einen Kohlraben Kann ich den vielleicht verkaufen hier? Alter, was ist mit seinem Gesicht los? So, pass auf, Wildvogelfleisch Nee, nee, das esse ich noch Aber hier Den verschimmelten Raben Für 70 Cent Parapara Gesalzenes 1,50 Dollar Ey, wann konnte der Zeit für einen Dollar vier Häuser kaufen? Hello, my baby Hello, my honey Well, well, well Who's that Batman? Ich bin Batman Hey, Sheriff Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Sheriff Uh Web Er Ich bin